Willkommen in Frankens YouTube Channel. Ich mache ein Video von Call of Duty Infinity Warfare. Gucken wir mal wie es läuft. Ich habe schon ein bisschen gezeigt, ein bisschen gelevelt, ein bisschen aufs Maul bekommen, so wie immer. Ich bin noch neu, ich kenne die Maps noch nicht so. Aber manche kommen mir ziemlich bekannt vor, von der alten Call of Duty, das MV3 zum Beispiel. Das Flugzeug-Time-NL ist typisch. Und auch hier gibt es wieder aufs Maul. Und dann kommt einer, die Springer, die lieben wir ja alle. Bin schon gespannt, ob Charles Bronson auch kommt. Komm nicht. Ich habe gesagt, der macht mehr Assists als Kills. Ich habe noch gar nichts. Und wieder gibt es Camper und Akimbo-Fotzen. Alles wird dabei im Leichen geben. Akimbo sollten sie ja abschaffen, das finde ich echt zum Kacken. Überhaupt bei den vollautomatischen. Oh, hinter mich. Da wird nicht lang geschossen bei sowas. Scheiße. Ahahahahaha. Oh, na, mach ich gerade auf. Da kämpfe ich schon so. Eindeutig Höhenhofft und dann kriege ich nur aufs Maul. Es war doch Höhenhofft. Nicht jeder der was anderes sagt was ist schwul. Oh der Trunk wieder hinschießt! Kein Ziel! Kein Ziel! Ich bin schon eingeroßt, hab schon lange nicht mehr Call of Duty gezahlt. Keinen Teil! Und das rächt sich jetzt. Komplett den großen... Äh, nicht komplett, das Messer haben wir immer noch drauf. Nicht, dass wir was übersehen. Stirb doch! Wir haben die Führung verloren! Immer muss man zweimal aufs Maul hauen. Das genügt nicht einmal, nein! Zweimal muss man aufs Maul hauen. Was ist denn der Humo? Wir liegen in Führung! Ich glaube, jeder normaler Mensch, wenn er mit dem Gewehr Kohlmeiz in die Fresse kriegt, liegt er wohl da. Oh nein! Zweimal! Oh, ey! Bei mir ist man so überzart! Ja, und hier bin's doof! Mhm! Wenn's zurückkommt, dann laufen wir in die andere Richtung. Ja, wie sag ich, wir sind scheiße! So! Muss immer nur auf die Tasse durchgucken, ihr werdet schon alt! Meine Reflexe lassen schon zu wünschen übrig! Gibt's all die Scheiße noch drin? Sieh, sie mördert euch! Durch die Klosschein, bring euch um! Ja, wirg euch! Durch die Klosschein! Okay, wir setzen eine Drohne neu ein! G'sein! Oida, was heute aussebitte! Der Feind hat dann wohl zu dir! Der Feind hat die Hälfte geschafft! Ausschalten! Na! Ich wollt... Na gut, dass ich ihn nicht hab! Ich wollt nämlich auch diesen! Anfrage erhalten! Drohnenpaket ist unterwegs! Komm schon schnell! Das lässt sich nur so zuhören! Das lässt sich nur so zuhören! Ja, wir gehen das wieder! Meine erste Trinity, Alter! Auch ein Kanon braucht warten! Was denn? Was denn das? Nein! Was denn das? Was denn das? Was denn das? Ja! Ich hab' den Da gibt mir so nen Scheißdrick noch, guck! Da ist er! Such's! Das ist schau's! Du Krippeviech, du verschwunden! Da! Das ist ein Wichser! Jetzt gibt's Hardcore-uns auf den Schnauzen, du Arsch! Schau, was sie dir alles aushalten! Aha! Probieren sie eh! Feindliche Drohne! Der Feind hat deine Konterdrohne geschickt und zerrillt! Das ist ein Wichser! 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 Das ist ein Wichser!